Die Gemeinde Sipplingen ist ein schmuckes Dorf direkt am Bodensee mit etwa 2000 Einwohnern, circa sechs Kilometer südwestlich von Überlingen. Die Besucher schätzen vor allem die Idylle, die der Ort ausstrahlt. Errichtet wurde Sipplingen auf einem Steilufer, den höchsten Punkt erreicht man auf 406 Metern. In Sipplingen ist alles schnell zu erreichen, der See direkt vor der Tür mit vielfältigen Möglichkeiten sich aktiv zu bewegen. Sipplingen ist unter anderem Station des Bodensee-Radweges und des Bodensee-Rundwanderwegs. Im Sommer docken hier Ausflugsschiffe an. Darüber hinaus spielt Sipplingen eine bedeutende Rolle bei der Bodensee-Wasserversorgung. Von hier wird das Trinkwasser für 3,5 Millionen Menschen entnommen und bis in den Stuttgarter Raum gepumpt.